Hallo miteinander, wir sind die Lehrlinge der Zumthubelicht AG. Mein Name ist Juran und ich bin zurzeit am Empfang und im HH tätig. Mein Name ist Glenny und ich bin zurzeit im Debitorenbuchhaltung. Ich heisse Dilo und ich bin im Verkaufsinnendienst. Jetzt zeigen wir euch unseren täglichen Ablauf. Die Zumthubelicht AG ist ein internationales Unternehmen, welches sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Lichtlösungen beschäftigt. Bei der Zumthubelicht AG wirst du in verschiedenen Bereichen gefördert. Du hast nach der Lehre bei uns gute Chancen in die Brustwelt einzusteigen. In diesen drei Ausbildungsjahren besuchen wir insgesamt sechs Abteilungen, wo wir sehr viele verschiedene Tätigkeiten ausüben und viele Erfahrungen sammeln. So, jetzt haben wir einen Einblick in unserem Alltag bekommen. Wir hoffen, das hat euch gefallen und dass man sich bald wieder sieht. Tschüss zusammen! Tschüss! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020